Jemand hat mal gesagt, mit 25 spielt jeder da, wo er hingehört. Bei dir wäre ich mir da nicht ganz so sicher, denn so wie du drauf bist, ist in deiner Karriere noch richtig viel Luft nach oben. Also was Klub und Liga angeht, nicht deine Leistungen. Die sind nämlich schon seit einer ganzen Weile überragend. Mittlerweile knipst du so oft, dass selbst deine Teamkollegen deinen Torjubel können. Wenn du triffst, reißt du die Arme hoch und lässt die Muskeln spielen. Und ganz ehrlich, das darfst du auch, denn deine Statistiken sehen genauso stark aus wie deine Arme. Vor zwei Jahren hast du dritte Liga gespielt und 17 Tore gemacht. Letztes Jahr hast du zweite Liga gespielt und 17 Tore gemacht. Aktuell ist die Hinrunde noch nicht mal vorbei und du hast schon 14 Mal getroffen. Dich auf den reinen Knipser zu reduzieren wäre aber nicht nur zu leicht, es wäre auch falsch. Denn im selben Zeitraum hast du sogar 27 Tore vorbereitet. Du kannst Bälle festmachen, verteilen, Tore vorbereiten und schießen. Oder ob mit links und rechts ist egal, weil du mit beiden Füßen gleich stark bist. Du bist der deutsche Benzema. Du bist Dennis Undaf.